Ein herzliches Willkommen zurück zu Kainer Bridge of Spirit. So, wir sind kurz mal ins Dorf zurückgekehrt. Oh, schaut mal, wie schön diese orangenen Bäume. Mir ist damals gar nicht aufgefallen. Was ist denn das? Ne. Ähm, ja. Wir sind im Dorf, haben jetzt zwei Postfächer zurückgegeben. Sie wollen mir hier was sagen. Mhm, danke. Ähm. Und. Wir können jetzt eigentlich zurück, aber ich will jetzt hier doch nochmal schauen, was hier ist. Oh, ne, eine Herausforderung. Ja, ich weiß. Feinde 10. Aber nicht mit Zeit, das ist ja mega. Wer hat mich jetzt so do... Wer hat... Wieso? Was war das denn jetzt? Okay, das war jetzt sehr verwirrend. Ähm. Okay, also ich darf mich nicht einmal treffen lassen. Ich mach noch einen Versuch. Wenn ich wieder so dumm bin. War's das heute. Oh. Hoppsa. Hoppsa. Ne. Okay. Ah, das steht sogar für Idioten. Besiege alle Feinde, ohne getroffen zu werden. Mhm. Oh, ich hasse Herausforderungen. Bin da einfach nicht gut. Ach, was wir machen könnten, wäre noch schnell. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Sind die jetzt alle im Dorf immer, oder was? Das ist ja cool, Mann. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Geil. Dann, es fällt mir was ein. Irgendwo war doch auch was. Was hab ich denn hier jetzt alles? In der Feder. Brauch unbedingt einen Federkopf. Das brauch ich auch unbedingt. Rentier brauch ich unbedingt. Brauch ich alles unbedingt. Okay. Das haben wir gekauft. So. Ja, das sieht doch gut aus. Wo habe ich jetzt den zweimal gekauft? Egal. Nochmal Outfits haben wir immer noch nicht. Irgendwas anderes. Gut. Was mir jetzt aber eingefallen ist, irgendwo war... War doch hier auch noch was Interessantes, oder? Wo war denn das? Fällt mir grad ein. Na, das hier? Oder eher hier oben. Ne, da ist der... Alte Mann. Ich glaub, das war hier vorne rechts. Oh, wie schön. War das mal. Hier war... Hier haben wir ja das Ending. Hier ist... Na, dann guck mal. Das Ding muss hier nicht sein, oder? Und will ich hier dazu... Mal guck mal, was ist das? Achso. Das war der... Das Ding. Ich leg's mal hier hin. Ich überlege, ob ich hier irgendwo so ein... So eine Blume hab, wo ich dieses Ding beschwören kann. Ja, damit ich dieses Zeug hier alles frei machen kann, weil... Am Anfang hab ich's ja eh noch nicht so gerafft, muss ich sagen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich das einfach nicht geschnallt hab, wenn ich das mach. Ja, siehste. Sag ich doch. Komm mal her, weil... Wir können auch mal... Um... Wir können jetzt entweder... Das hier gleich wegmachen, oder wir gehen hier noch einmal... Nein, nein, nein. Komm mit, bitte. Wir gehen hier mal kurz lang. Gucken, ob wir hier was finden. Nee. Dann komm mal mit. Komm, 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 komm. Schnell, schnell. Komm, kommst du hier rüber? Nee, ne? Doch. Äh, no. Okay. Ich hab überlebt, aber darüber... Also machen wir doch wenigstens diesen einen Schrein kurz platt. Das hier halt, kann ich hier lang. Oh, oh, warte mal. Kann ich hier vielleicht was machen? Ich glaub aber eher von der anderen Seite, ne? Also, dann befreien wir jetzt erstmal hier unten diesen Mini-Schrein, oder was das ist, ne? Komm mal mit, bitte. Mein liebes Viech. Je mehr Rotz ich hab, desto größer wird's wahrscheinlich. Das ist ziemlich cool. So. Schön. Aber was mach ich noch mit diesen ganzen Kristallen? Ich hab so viel Kristalle. Guck mal nochmal hier schnell. Kann ich hier... Hat sich da was gewonnen? Warte mal, ich möchte mal was wissen. Diese Blume kam sehr verdächtig vor. Okay. Guck mal hier jetzt. Hier, guck mal das an. Auch nix. Stop, stop, stop. See, stop. Ja, nehmt mit. So, fast 35. Voll geil. So, mach ich hier. Hä? Warte mal. Lauf ich da? Kann ich hier schon mal her? Aber wie schon gesagt, ich blick ja jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht hab ich auch einfach ein paar Sachen übersehen. Kann das jetzt irgendwie wieder gut machen? Aber nee, so viel. Jetzt ist es so nacht danach aus. Naja. Komm mit. Okay. Also dann lauf mal nicht zurück. Aber ich hab so viel Zeug hier nicht. Das kann doch nicht sein. Habe ich hier nicht. Ich lauf hier doch nochmal lang. Ich muss Zeug übersehen haben. So viel. Im Haus war man ja auch komplett. Da kann man auch nicht irgendwo anders hin hüpfen, oder? Nee, im Haus kann man das sowieso nicht hüpfen, merke ich gerade. Na gut. Hier haben wir das. Was ist das denn hier? Außer unheimliche Musik. Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich konnte ich mit dem hier den Weg freimachen. Dann war da irgendwas drin. Aber ich kann mich da leider nicht mehr dran erinnern. Ist hier echt nicht wahr? Was ist das? Verleuchtet das weg. So schön. Es wird gleich dunkel. Möchte ich meinen. Was ist da hinten? Da kann ich mal schauen. Na? 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 Was macht ihr? Ah, lecker, 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 sehr cool, ist gut gemacht wieder, ist wieder geahnt, ja, manchmal lohnt sich das echt nochmal, die Wege dann abzulaufen, war ich hier jetzt gerade nicht was oder war das auf dem anderen Weg, ah, die Steuerung ist halt, also, wie ist so doof, wenn man das Viech hat, komm, hier war was, guck mal, mein Lieber, auch so kann ich hier was machen, ne, schnell, dann hier hin, deine Energie geht flühen, Moment, sehr gut, noch mehr, aber das ist doch komisch, oh Gott, einfach Dings wie, gut ist euch, ja, wo war jetzt das, die anderen Pflanzen, hier werden doch noch mehr, hier, genau, machen wir auf, kommt, schnappt ein Fahrzeug, sehr schön, weiter geht's, gucken wir mal, was hier noch übersehen wurde von mir, hm, jetzt Karte gucken, was, ah, hm, 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 oh, warte mal, da, und wir haben, einen neuen, der mit der Feder sieht ja doof aus, aber Herrlich ist gut doof, halt, und, ach, ist das schön, das ist auch cool, hier, dieser Fuchs mit dem Geweih hat was, wirklich was, oh, komm her, du, oh Gott, die haben ja überall Herzchen gehabt und haben den begrüßt, oder? Geil. Oh, die bin bis eh nie. Hä? Ich hab dich gesehen, und dich hab ich ja auch gesehen. So, jetzt sind wir 35, oder? Ne, du, es ist ein Gegner. mit Schild. Hä, warum? Hä, was war das? Warum war das? Komm her. Geil, 35. Gott, der mit dem Lebkuchenhaus auf dem Kopf ist auch echt geil. Die Rott können jetzt mehr Aktionen ausführen. Finde ich gut. So muss das sein. Der ist durchgeschossen worden. Okay, also. Dass wir den Weg nochmal abgelaufen haben, hat sich tatsächlich gelohnt. So. Warum ist hier eigentlich alles so versifft? Verdorben? Warum habe ich da nichts machen können? Was ist das hier? Ach so. Ja. So. Guck mal, ich habe hier noch was gemacht. Ich weiß, wie viele ich noch. Ich gehe jetzt zu dem Höhleneingang, oder was das ist. Und dann können wir hier auch weiter. Gut. Na, mal lang. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich glaube, hier in diesem vergessenen Wald habe ich eigentlich schon ganz gut, glaube ich. hier abgeklappert. Abgeklappert. Nicht. Nein. So. Jetzt sind wir fast da. Nee, nicht fast. Wir sind da. Und wir kämpfen gegen irgendwas. Oh, gegen ein Magier. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wieso hat er mich jetzt erwischt? Weil ich doof war, aber ganz einfach. Äh, ich habe bin gesprungen, Mann. Äh, okay. Oh, der hat sich geheilt. Unglaublich. Nicht dein Ernst, oder? Das ist so eine Verfolgung, Kugelgedütz. Okay, er ist nicht schwer. Ich war nur ein bisschen unkonzentriert. Und ich muss ein bisschen besser das mit den Rodfine hinkriegen. Ah! 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 Und springen muss ich vor allem. Diese Dreckskugeln! Die erwische ich immer! Wieso? Die verfolgt mich auch. Nee, was kann ich gegen die machen? Ich hau mal ab. Mal gucken, was ist. Ah, okay. Irgendwann ist sie weg. Wie zahlt sich der Kackarsch? Prima, prima, prima. Ah, ich bin nicht... Nein, nein, nein. Also, pass auf. Ich muss... Pfeile... Und dann... R drücken. Genau. Anspannen, R drücken. Ganz einfach. Ja, nicht ganz einfach. Warum kann ich es jetzt nicht machen? So, weil ich jetzt plötzlich wieder keine Wings habe. Oh, geil! Das erwischt auch die kleinen Pippen. Das finde ich ja witzig. Das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Dann komm. Hier, komm. Hey! Das ist ja lustig. Unnötig, unnötig. Ich wollte... Weg. Oh, ja, klar. Wo bist du? Ah, das ist ja lustig. Ah, jetzt kommt so eine Kackkugel ausgeregnet jetzt, wenn ich ihn fast habe. Oh Gott. Ich bin aber nicht hier. Oh Gott, war das knapp. Ja, machbar. Schön. Das war doch ein hübscher Kampf. Und das heißt, wir haben ihn jetzt besiegt und machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich sag ein herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.